Wir grüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Verdure TV. An meiner Seite Dr. Carsten Ulbricht. Er ist der mittlerweile durch unsere Reihe schon bekannte, aber sehr engagierte Medienanwalt oder Internetanwalt und genau ist hier auch in Stuttgart bei der Kanzlei Diem und Partner und er hat sich jetzt gemeinsam mit uns eben Fragen zugewandt, die von unseren Kunden immer wieder häufiger auftreten. Heute haben wir uns das Thema Markenrecht vorgenommen und das ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil immer wieder die Frage auftaucht, was kann ich denn überhaupt schützen lassen im Bereich meiner Unternehmensmarke? Gutes Thema, finde ich wichtig, gerade in Zeiten des Internet und der sozialen Medien. Es geht eben darum, um, wie du richtig gesagt hast, Unternehmensnamen oder auch Unternehmenslogos schützen zu lassen, davor, dass andere, meine Wettbewerber oder irgendjemand Drittes dieses Logo oder diesen Namen auch nutzt. Das macht natürlich absolut Sinn, dass wenn ich mich unter einer Marke bekannt machen möchte, Marken werden in der heutigen Zeit immer wichtiger, weil man damit auch gewisse Werte verbindet und wenn ich dann einen Markennamen aufbaue, dann ist natürlich die Frage, ob ich mir den vorher nicht schützen lasse, damit nicht irgendjemand plötzlich kommt. Ich habe eine Vielzahl von Fällen gehabt, gerade auch am Anfang meiner anwaltlichen Karriere habe ich relativ viele Social Media Startups beraten, wo ich gesagt habe, melde die Marke an, melde die Marke an, melde die Marke an. Dann haben sie es halt nicht gemacht und dann kam jemand Drittes und dann muss man sich rumstreiten, das kostet Geld, manchmal muss man die Marke dann aufgeben, also sehr ärgerlich. Das heißt, eine Markenanmeldung macht absolut Sinn, einfach nur mal auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, eine Marke in Deutschland kostet eine Anmelde, kostet 300 Euro. Das ist eine Investition, wo ich mir sage, das muss drin sein, also das kann nicht ernsthaft sein. Und dann kann ich eben eine Wortmarke, also ein Wort oder eine Wortbildmarke, das ist ein Logo, schützen lassen. Ich muss natürlich definieren, für welche Waren und Dienstleistungen das geschützt werden soll, also Verdüre eben mit diesem Logo als Internetdienstleister, wie auch immer, da gibt es verschiedene Klassen, da muss man das einordnen. Und dann hat man eben Schutz davor, dass ein Dritter diesen Namen für entsprechende Waren und Dienstleistungen benutzt. Und wie gesagt, gerade in Zeiten vom Internet, wie schnell sind Domains angemeldet, wie schnell tauche ich irgendwo auf und mit Markenschutz stehe ich immer deutlich besser da. Du hast jetzt auch gerade vorhin angesprochen, gerade in Zeiten des Internets, auch im Bereich Social Media ist das ja ein großes Thema. Beispielsweise bei den Facebook-Accounts gibt es ja diese Vanity-URLs, diese Kurz-URLs, die man sich eben sichern kann. Auch bei Google Plus ist das jetzt unter bestimmten Voraussetzungen neuerdings möglich. Twitter ist so ein Thema. YouTube. Überall geht es darum, eben auch den Unternehmensnamen sich quasi zu reservieren. Kann man das überhaupt reservieren? Kann man das irgendwie schützen lassen? Oder wie geht man da am besten vor? Also da gibt es zwei ganz klare Empfehlungen dazu. Also zunächst einfach mal recherchieren, was frei ist und einfach mal anmelden. Das ist ja in der Regel kostenlos. Wenn mein Unternehmensname, dann sichere ich mir den einfach mal, dann brauche ich mich später nicht zu streiten. Tatsächlich nehmen wir im Moment bei uns die Fälle auch zu, wo Unternehmen sagen, okay, jetzt haben wir uns von unserer Agentur überzeugen lassen, jetzt machen wir das halt mit diesem Social Media. Und gehen da rein und stellen fest, unser Name ist überall weg. Also wir haben es gerade vor kurzem für einen großen Anbieter von Sanitär und Bädern. Die haben einen sehr einzigartigen Namen und die haben gesagt, okay, jetzt wollen wir Facebook, Twitter und YouTube machen und überall war dieser Name weg. Aber das ist die Frage, was macht man denn dann? Und da sind wir beim Thema Markenrecht. Wenn ich eine Marke habe, habe ich eben ein entsprechendes Argumentationsszenario, um auch diese Accounts zurückzubekommen. Und das haben wir eben gerade für dieses Unternehmen gemacht, dass wir eben dann sagen, liebes Facebook, auch wieder ein Notice- und Deckdown-Kundersatz hatten wir in der früheren Folge mal. Facebook, bei euch findet eine Markenverletzung statt, je nachdem, ob man das darstellen kann, ob man eine internationale Marke hat oder nicht. Also es hört sich jetzt trivial an, als es ist. Aber da muss ich sagen, da ist eine Markenverletzung und dann kriegt man diese Accounts in aller Regel raus von Facebook, YouTube, Twitter sehr schnell. Kleinere Plattformen dauern manchmal ein bisschen länger. Und dieses Unternehmen, nachdem das sehr erfolgreich geklappt hat, wir reden da über ein, zwei, drei Tage, wo wir das rausbekommen haben, haben dann gesagt, okay, wir wollen jetzt insgesamt unsere Marke einsammeln. Wir wollen eine Fanbase, weil deren Tochterfirma in Marokko und so weiter hat einen eigenen Account aufgemacht, haben gesagt, wir wissen gar nicht, wer das war. Wir wollen es nur einsammeln. Und jetzt haben wir wirklich quasi das gesamte Facebook von diesem Namen bereinigt und jetzt eben nur noch diese eine Präsenz. Das kann schon Sinn machen und dazu brauche ich eine Marke und diese zu verteidigen, das macht natürlich Sinn. Ohne auch jetzt jemanden abzumahnen, von irgendjemandem Geld zu verlangen, sondern einfach nur zu sagen, ich möchte quasi die Hoheit über diese Marke haben. Das macht für mich schon Sinn. Das betrifft jetzt wahrscheinlich eher so, wenn sich beispielsweise andere Unternehmen einen Unternehmensnamen gegriffen haben. Wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmensname von einer Privatperson verwendet wird? Ist das da so einfach möglich? Beispielsweise die Person heißt auch mit Nachnamen tatsächlich so? Ja, das ist natürlich jetzt eine unfaire Frage, klar. Auch da wieder kommt drauf an. Es gibt eine interessante Entscheidung. Also was wir halt machen, es gibt dazu noch wenig Rechtsprechung im Bereich Social Media, aber man kann natürlich diese ganze Domainrechtsprechung, wo wir viel haben, ein Stück weit übertragen. Da hat mal ein Herr Schell gegen eben diesen großen Ölkonzern geklagt und hat nicht Recht bekommen. Darüber kann man geteilter Meinung sein, aber es ist so, wie du sagst. Also wenn jemand wirklich so heißt, dann dürfte es mit markenrechtlichen Ansprüchen schwierig werden, weil diese markenrechtlichen Ansprüche habe ich quasi, wenn eine Verwechslungsgefahr, eine Kollisionsgefahr entsteht. Also wenn quasi dieser Name auch im Zusammenhang mit ähnlichen Waren und Dienstleistungen benutzt wird. Und wenn dieser Mensch halt so heißt, wird niemand diese Marke mit diesem Namen verwechseln. Und da kommt man tatsächlich schwerer ran. Wir haben es trotzdem schon ein paar Mal geschafft und das ist interessant, weil eben diese Social Media Plattformen, gerade Facebook, YouTube, wie auch immer, eher eine sichere Nummer fahren. Also die sind nicht bereit, entsprechende Risiken zu gehen. Das kriegt man auch manchmal einen Account raus, obwohl man vor Gericht wahrscheinlich nicht Recht bekommen hätte. Auch das hat es schon gegeben. Okay. Dann danke ich dir für deine Einschätzung. Das waren auf jeden Fall interessante Einblicke. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, auch zum Thema Markenrecht, gerne kommentieren unten bei uns im Blog verdür.de slash blog oder ja genau, schreibt uns doch mal eure Erfahrungen. Habt ihr schon irgendwie mal euren Unternehmensnamen sichern wollen und der war schon vergriffen? Gerne eure Erfahrungen kundtun. Wir freuen uns auch über Feedback und auch auf die nächste Folge. Bis dann. Bis dann.